Moin meine lieben Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute steht jetzt ein sehr wichtiges Video an mit Sophia Thiel. Das Video liegt mir sehr am Herzen, weil ich hatte ja schon mal ein Video mit ihr gemacht, kam richtig gut an, war auch ein sehr geiles Video, aber da haben mir Kommentare Bedenken gegeben und deswegen habe ich nochmal das Gespräch mit Sophia gesucht und ich wollte einfach nochmal mit ihr gewisse Dinge klarstellen, auch natürlich was einige Kommentare betrifft, die ich nicht so gut fand. Und wir reden halt über Essstörungen, über ihre Vergangenheit als Fitnessathletin, warum sie auch nicht mehr so aussieht wie früher und das auch eng gar nicht mehr will. Das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Ich habe hier noch ein paar Smilodogs Leggings sogar für Sophia, weil ich will mal, dass sie so ein bisschen Smilodogs mal testet und mal gucken, was sie dazu sagt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber was wichtig für euch ist, die Smilodogs New Classic Sports Kollektion hat ihren Launch. Was ist die New Classic Sports Kollektion? Damals unsere ersten Anfänge Basics, da schreit die Community immer noch nach Uwe, mach mal so eine Oldschool Kollektion und die haben wir gemacht, aber mit einem sehr fetten Upgrade. Ich zeige euch mal was, zum Beispiel hier, wir haben einmal den Polyester Part mit solchen Shirts, hier mit Mesh einsetzen, Schweiß absorbieren, hier schöner Druck vorne, so sieht das Ganze von hinten aus. Haben wir natürlich in mehreren Farben, gibt es auch immer die passenden Shorts dazu. Dann haben wir noch den Baumwoll Part und da kommen wir hier zu den Anzügen, gibt es einmal in Bordeaux Rot, in Blau und in Schwarz, einmal mit Zipper und als Hoodie. Hoodie haben wir zum Beispiel diese Variante hier. Dann haben wir noch unsere neuen Übergangsjacken, die wasserabweisend sind und richtig flexibel sind. Die haben wir auch in drei verschiedenen Farben, hier schön mit dem Logo an der Seite, Lüftungsfläche und die das Wasser abweisen und die Reißverschlüsse sind wie zugenäht, also richtig gut, geht kein Wasser durch. Haben wir hier auch zum Beispiel in Blau, ich habe sie jetzt gerade in Schwarz an. Wer sich fragt, wie sieht die Kollektion denn so am Körper aus? Ich habe hier zum Beispiel jetzt das Bordeaux rote Shirt und ihr seht schon, das waren so die damaligen Oldschool Shirts, jetzt aber mit Mesh einsetzen. Ich drehe mich mal einmal, hinten haben wir auch Mesh am Start, weil man ja auch am Rücken sehr viel schwitzt. Und was man wissen sollte, diese Kollektion beruht einfach auf freie Bewegung, die ist sehr flexibel. Was man nicht vergessen darf, der Baumwollpart ist auch sehr flexibel, also mit dem Anzug kannst du chillen oder wirklich richtig sportliche Leistung vollbringen, weil der ist wirklich sehr flexibel. Checkt auf jeden Fall die neue Kollektion ab und ab einer Mindestbestellwert von 80 Euro gibt es einen Smilodox Rucksack, Gratis pro Bestellung dazu. Und das ist natürlich noch nicht alles, mit dem Gutscheincode FLYING habt ihr immer den besten Rabatt. Also ihr checkt ganz oben die Videobeschreibung ab und jetzt genießt das Video. Moin meine lieben Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer FLYING Uwe und heute wieder mit dabei. PAMPING SOPHIA TEAM, weißt du von früher? Ey, dieser Name, das hast du schon mal gesagt, da muss ich auch einmal lachen. Ja, es ist... Weil man kennt nur noch so so viel, da war PAMPING SOPHIA, das war der Sch*** auf YouTube damals. Was waren die Zeiten? Ich bin heute wieder bei SOPHIA. Warum? Wir haben ja ein Video zusammen gemacht, da haben wir, wir haben so einen Tag miteinander verbracht. Richtig. Kam auch sehr gut an. Bloß, als das Ding so eine halbe Stunde online war, hinter der Kamera ist Carlos, und dann habe ich mir so die Kommentare durchgelesen und da waren so ein paar Kommentare, wirklich nicht viel. Meine Community ist eigentlich sehr gut. Da habe ich gedacht so, was für ein bist du, der sowas schreibt. Da war ich kurz mal wirklich richtig, also dezent aggressiv. Und da habe ich mal gedacht, wir müssen mal, oder ich, ich sehe das jetzt als Aufgabe meinerseits, dass ich den Leuten mal ein bisschen die Augen öffne. Ja, also ich finde es sehr mutig, ich versuche das ja schon, also für mich ist es ja Story of my life, of my social media life, seit 10 Jahren ist es ja eigentlich gefühlt so, dass die Kommentare da sind, dass Videos dazu hochgeladen werden, spekuliert wird, und es geht halt immer ums Aussehen, ums Gewicht, und ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt tatsächlich, weil man wird sowieso nie jedem recht machen können, weil wenn man irgendwie super definiert ist, und dann ist man eh das Manns-Vibe und halt nicht mehr weiblich oder halt eben zu fett, ne? Oder irgendwas anderes ist dann hässlich oder einfach nicht richtig, und deswegen, ja, das ist eine große Mission, sage ich jetzt mal, und ich spreche auch sehr gerne drüber. Aber für mich ist es halt neu, also ich kenne sowas nicht, dass auf meinem Kanal irgendwie da so mal so komische Sachen schreiben. Ja, aber du hast bestimmt auch mal Kommentare gelesen, so, oh, du warst auch schon mal brutaler, oder was auch immer, in die Richtung. Ich habe letztens gelesen, weil ich so ein bisschen mehr Muckis habe und so, ja, Uwe ist fett geworden, habe ich auch einmal gesagt, hä? Auf jeden Fall sind wir heute hier, und ich will einfach mal gewisse Sachen mal ein bisschen aufklären, ein bisschen tacheles reden, weil, ja, es ging nicht so, deswegen sind wir hier und setzen uns jetzt aufs Sofa. So, jetzt setzen wir hier auf deiner Couch, und wir haben so ein paar Screenshots gemacht, beziehungsweise habe ich Carlos beauftragt, er soll das für mich machen. So, und er hat jetzt so ein paar Dinge rausgeholt, die wahrscheinlich für dich so gefühlt normal sind, die du mal gehörst, aber für mich ist das so richtig so was für einen. Ja, nee, mal schauen, ob das so meine Worst-Case-Kommentare toppt. Ah, okay, krass. Ich habe schon so einiges gelesen. Soll ich mal ein bisschen so vorlesen erst, oder wollen wir mal Stück für Stück durchgehen? So, ich würde sagen... Ja, aber du kannst auch, wenn die ähnlich waren, kannst du sie auch kombinieren. Okay, eine Kombo. Oh, danke schön. Auch gleich so. Okay, lesen wir mal ein bisschen was Längeres durch. Das ist halt so... Aber ich mag so was nicht mal vorlesen. Das ist mir schon unangenehm, dir so was vorzulesen. Ohne Witz. Es geht aber jetzt in einem Video darum. Ja, ja, okay, komm. So, pass auf. Hahaha, was die Schrulle heute macht? Fragezeichen. Immer fetter geworden, Ausrufezeichen. Und das Verkauf diese Null. Verstehe ich nicht, was er meint. Die ihr Leben und schon gar nicht ihren Kadaver im Griff hat als Body-Positivität. Kadaver! Einfach nur krankt das Wrack. Wie kommt man so was... Also, ich verstehe das nicht. Das ist ja wieder Humorpunkt. Ich verstehe das nicht. Kadaver und Wrack. Da hat sich einer so richtig mal ausgekotzt. Aber für mich gibt es da keinen Grund. Verstehst du? Ja. Du bist für mich auch nicht... Also, jetzt mal von Mann zu Frau. Du bist für mich auch nicht mal ansatzweise dick. Du bist richtig trainiert. Du hast Muskeln. Du hast einen gesunden Körperfettanteil. Und du bist eine Frau. Und die ist auch fraulich aus. Verstehst du? Ich check das nicht. Geschmackssache, oder? Also, jeder Körper ist irgendwie Geschmackssache. Manche finden schlankere Körper toll oder super dünn. Manche super curvy. Das ist ja irgendwie... Aber manche fühlen sich ja natürlich so getriggert. Aber warum fühlt er sich denn getriggert? Also, generell glaube ich, dass... Ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad nicht nachvollziehen. Weil ich habe noch nie meine Energie aufgewandt, um etwas, was mir nicht gefällt, negativ zu kommentieren. Wenn mir irgendwas persönlich nicht gefällt, scrolle ich einfach weiter. Und wenn mir was gefällt, dann supporte ich das auch. Da denke ich mal, ist so eine krasse Unzufriedenheit. Gemischt wahrscheinlich auch vielleicht mit Missgunst. Dass man sagt, man muss diesen Frust jetzt irgendwie loswerden, weil... Ich denke, sonst implodiert man. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Irgendwie muss es dann raus. Also, selbst mit dem eigenen Leben nicht zufrieden. So, dann sind natürlich so Kommentare wie hier... Alter, bin ich erschrocken, wie sie zugenommen hat. Weißt du sowas hier? Da muss man auch sagen, viele haben auch die Wettkampfbilder auch im Kopf. Weil die damals halt einfach sehr präsent waren. Und dann dieses Vorher-Nachher-Bild. Und natürlich ist alles, was nicht Wettkampfform ist, ist dann einfach jetzt komplett anders. Weil du da irgendwie Adern über dem Bauch hast und jeden Muskel, jede Sehne gefühlt sehen kannst. Und das ist das, was viele da draußen nicht checken. Habe ich dir in der Küche einmal erzählt. Dann habe ich das eben auch vor der Kamera gesagt. Du hast diesen Kommentar auch noch im Kopf. Ja, ist Uwe fett geworden oder so? Was war der Kommentar? Alter, ist Uwe fett geworden. Ja. Wo ich mir denke... Wo ich mir denke... Aber auch mehr. Mit einem anderen Schäden ordentlich zugelegt. Ja, ja. Oder anscheinend schmeckt das und das fängt... Oder Massivehase und so. Weil ich habe auch früher, so vor fast zehn Jahren oder so, ich habe so meine Low-Cup-Phase gehabt. Weißt du, so voll zwei Jahre nur auf Fett und Proteine gelebt. Aber viele da draußen verstehen nicht, dass entweder so eine Wettkampffigur, wie du sie hast. Oder dieses Ultra-Shredded allgemein. Dass es nur bis zu einem gewissen Zeitfenster funktioniert. Ja. Weil es ist ja kein Dauerzustand. Ich finde, manche haben, glaube ich, eine Veranlagung dafür, dass sie eher drahtiger sind. Das ist schon... Du kennst ja die Verbrenner, die auch... Du denkst zum Beispiel, der kann sich alles reinschaufeln, der ist immer irgendwie dünn, hat Sixpack. Genau. Und das bin ich halt gar nicht. Also ich war schon immer halt eher quasi im oberen Bereich, sag ich jetzt mal. Und da habe ich halt sehr viel Gewalt anwenden müssen, um so definiert zu sein. Und wo ich dann auch in dieser Wettkampfform war, war ich alles andere als fit. Also du musst ja überall dann auch leichter gehen, weil du einfach schwächer wirst. Ich war permanent müde, also ich bin überall eingeschlafen. Im Auto, im Zug, ich war sofort weg und war halt nicht mal alltagsfähig. Und das ist halt so das Ding. Diese Wettkampfform, das ist nur für ein... Ja, eigentlich für eine gewisse Minute auf der Bühne. Das ist halt komplett unnatürlich. Aber ich will, dass die Leute das verstehen. Diese Top-Form, dieses Entwässerte und komplett alles leer. Das ist kein Dauerzustand, das ist nur für eine Minute oder das ist nur für ein Shooting mal eben kurz. Aber damit kannst du nicht leben. So was gibt es, das ist gegen die Natur. Es ist nicht natürlich so zu leben. Und das checken einige da draußen nicht. Bei mir war das ja auch früh so. Ich habe früher nichts anderes zu tun gehabt, als Kampfsporttraining zu machen. Ich habe zweimal am Tag trainiert, jeden Tag. Das war mein Alltag. Ja. So morgens gepumpt, abends war ich beim Kampfsport. Zwischendurch habe ich mit Mina in der Bude rumgebumst oder was weiß ich. Habe meine YouTube-Videos gemacht und das war es. So. Oder auch ein Bodybuilder oder so, wie was bei dir ja früher auch war. Das war ja früher dein Leben. So dein, vielleicht auch irgendwie Job wegen Social Media und so weiter. Ja, ich habe im Fitnessstudio gelebt quasi. Genau. Erdschons Bodygym war mein Zuhause. Ich war da mehr als in meiner eigenen Wohnung. Und das, genau, und das ist halt ein Zustand. Also entweder du bist Profikämpfer, das heißt, dein Job ist Kämpfen. Du trainierst zwei bis dreimal am Tag. Oder du bist Hobbykampfsportler. Wir beide machen jetzt einfach Sport, weil wir lieben es. Das ist unsere Passion, das gehört immer dazu. Aber wir sind jetzt hier keine Leistungsathleten, die irgendwie sich wieder auf irgendwas vorbereiten oder sonst was. Und deswegen sehen wir so aus, wie wir gerade aussehen. Weißt du, ich meine? Ich will euch halt nur sagen, ihr vergleicht auch viel zu viel. Ihr folgt da jetzt auch irgendein Instagram. Ich habe das auch gestern in meinen Stories gesagt. Die sehen dann irgendwelche Leute, die sind ultra schreddet, liegen dann so auf dem Sofa mit Unterhose und alles guckt raus hier so, weiß ich mal. Ja. Und die denken so, oh ja, das ist mein Vorbild, der ist fit. Nein, die Leute, die diese Shootings haben oder diese Bodybuilding-Made-Kämpfe, die laufen kurz mal ein Hochhaus nach oben und wieder runter und dessen Lunge platzt. Solche Menschen sind halt auch nicht fit. Die definieren halt so dieses von Definition, oh, der ist ja körperlich fit. Aber in dem Moment fühlen die sich sogar teilweise noch. Ja, also man kann nie wissen, also quasi wie es denen auch wirklich innerlich geht. Also bei mir war es ja damals auch mitgepaart mit einer Essstörung. Und das finde ich dann irgendwie auch schwierig, glaube ich mal, deswegen verletzen die mich gar nicht mehr so die Kommentare, die jetzt sagen irgendwie, hey, du bist fett oder hast zugenommen und so weiter, siehst hässlich aus oder was auch immer. Sondern ich finde es eher schwierig für Leute, die jetzt noch so arg strugglen und vielleicht auch mit dem Essverhalten Probleme haben. Weil die dann sofort denken, oh, okay, Sophia ist schon irgendwie so, bekommt den Hate ab und ich darf nicht fett werden. Ich habe Angst, panische Angstfunk zunehmen. Das ist ja auch das, was auch so das Krankheitsbild einfach fördert. Und das finde ich halt schade, weil ich finde, Fitness sollte halt viel diverser werden, weil wie gesagt, eine Person, die jetzt irgendwie 50 Kilo hat und so eine kleine Größe 36, kann wesentlich unfitter sein als jetzt eine 80 Kilogramm schwere Frau, die aber vielleicht Hardcore Crossfit macht und hier Gewichte des Todes stemmt, sagen wir mal, verhältnismäßig. Und dass man halt da so ein bisschen, noch ein paar Schritte weiter denkt, als nur eine Schublade zu öffnen gedanklich und zu sagen, Sixpack, ab in die Fitnessschublade, top und alles, was nicht Sixpack ist und nicht definiert, ist nicht Fitness. Das ist halt das Ding, weil viele sehen ja auch als Beispiel nicht die Blutwerte, Herz-Kreislauf-System. Sind die wirklich fit? Die sehen so draußen so die Schale, oh ja, der ist voll definiert, oh ja, voll krass. Und wenn man das nicht ist, obwohl man Sport macht, hier, denken einige Leute da draußen, man hat sein Leben nicht im Griff oder ja, sie vernachlässigt was oder sie kommt nicht klar oder weg, also ich check das nicht. Deswegen, als ich diese Kommentare gelesen habe, war ich einfach sauer und sagte zu meinem Kameramann, was sind das für F***, die sowas sagen? Wie kann man sich erlauben, einem Menschen zu sagen, ja, du bist aber fett geworden? Wenn ich zum Beispiel jetzt auch Leute sehe, die beispielsweise bei Biggest Loser teilnehmen und so weiter, denke ich mir eigentlich, okay, was innen bei den Menschen eigentlich vorgeht und die brauchen eigentlich jetzt nicht ein Hardcore-Diät- und Trainingsplan, sondern die brauchen eigentlich erstmal Therapie. Weil du machst es ja quasi, dass du, das ist ja wie so eine Art Form auch von Selbstverletzung, also wenn du einfach auch mit Essanfällen, Binge-Eating-Attacken und so weiter, da ist halt sehr... Erklär mir auch für die Binge-Eating, was heißt das jetzt? Es gibt ja so verschiedene Essstörungsformen, ich habe zum Beispiel Bulimie, also Bulimie Nervosa. Das heißt, du spruckst das dann aus? Magelsucht, das kennt man ja quasi, dieses quasi Nichts-Essen, dann Bulimie ist quasi, wenn du eben von dieser extremen Kontrolle den Kontrollverlust hast, auch mit Essanfällen, aber du versuchst, diesen Fehler wieder zu kompensieren. Ah, okay. In der Spirale war ich ja immer gefangen, ich mache Fehler, ich muss diesen Fehler wieder ausbessern, entweder mit Extremsport, du verbietest dir das Essen oder im schlimmsten Fall. Was bei mir vor dem ganzen Fitness-Influencer-Dasein eben war, war das tatsächlich noch, auch während der Schulzeit mit Erbrechen. Krass. Also bist du dann in der Pause, bist du dann aufs Klo gegangen? Nicht in der Schule, zu Hause. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es ja noch die Binge-Eating-Eaststörung, also das ist dann quasi, wenn du einfach ohne einen Fehler auszubessern, ohne Maßnahme quasi diese Essanfälle hast. Und man kann es auch jetzt nicht zwingend immer in Körperformen festmachen, also man kann auch mentale Erkrankungen niemanden ansehen. Also man kann es nicht sagen, Magersüchtige sind immer automatisch super extrem dünn und Bulimie ist so ein Mittelding und Binge-Eating ist stark übergewichtig, das kann man nicht sagen, da muss man wirklich, braucht man auch eine Diagnose von einem Therapeuten und das war eben meine. Und ja, da muss man glaube ich auch ein paar Schritte einfach weiterdenken, so was ist der seelische Ursprung dafür, was sich zum Äußeren halt einfach widerspiegelt. Kennst du den Ursprung von dir, warum, wieso? Ja, ich hatte halt schon, seitdem ich ziemlich klein bin, hatte ich schon immer Gewichtsprobleme, dann kamen halt erstmal so Faktoren wie Mobbing dazu, da merkst du schon mal sehr früh, okay, ich gehöre irgendwie nicht so dazu, ich bin irgendwie anders und irgendwie nicht richtig und dann beschäftigst du dich immer mehr, dann natürlich auch fiese Kommentare und so weiter. Gerade in der Schule, die Kinder sind immer so ehrlich, also ehrlich im Sinne von, die hauen das einfach so raus. Aber sowas bleibt hängen, also sowas ist wirklich wie so ein Branding in der Seele irgendwo. Man kann sich ja auch von den ganzen Situationen meistens auch wirklich genau erinnern, das hat sich natürlich auch ins Teenager-Alter mitgezogen, da war ja auch Germany's Next Topmodel und so, war halt Pflichtprogramm. So, wir haben uns alle damals immer als Mädels am Donnerstag getroffen, um das anzuschauen. Und dann merkt man dann, okay, Models, ja irgendwie 50 Kilo musst du wiegen. Bei so vielen Frauen ist 50 Kilo in den Kopf eingebrannt. Da dachte ich mir, okay, muss ich wohl auch wiegen müssen. Und dann fängt man halt an, okay, gefährliches Halbwissen, Salat ist gut, aber Fett hat so viele Kalorien, Kohlenhydrate sind schlecht, Eiweiß, keine Ahnung, für was ich das brauche. Und dann fängst du an zu selektieren, was du isst und dann hat sich bei mir das Ganze bestätigt, weil ich zum allerersten Mal schnell abgenommen habe mit diesem radikalen Vorgehen. Und dann habe ich halt immer weiter versucht, wie kann ich das noch mehr ausreizen und dann bin ich irgendwann eigentlich nur noch bei Salat ohne Dressing hängen geblieben und Gemüse. Kennst du dich noch an dein tiefstes Gewicht erinnern? Ja, das war, glaube ich, 46 Kilo. Krass. Ich bin 1,72. Das war während dem Abitur, so 2011, 12 so. Kannst dir fast schon deine Persönlichkeit wegdiäten. Also wirklich, du hast keine Kraft mehr irgendwie, weil für irgendwas anderes. Und meine Noten sind schlecht geworden, weil ich konnte natürlich auch nicht mehr lernen. Konzentration ist ja dann auch nicht. Ja, ich weiß ja ganz genau, ich hatte für die Schule immer, hatte ich einen Soja-Joghurt dabei mit ein paar Beeren drin. Und selbst den habe ich dann immer gefragt, ob andere probieren wollen, damit sie was wegessen. Krass, ja. So gehst du dann halt dann vor. Und ich war aber so bestärkt von diesem Weg, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich immer weiter abgenommen habe. Und dann bin ich aber auch mal in Ohmacht gefallen. Und ich habe halt im Winter einfach so krass gefroren einfach immer. Dass ich gesagt habe, so okay, das ist jetzt so der Schlussstrich, das Ende. Ich will so nicht mehr weitermachen. Und bin dann... Wo bist du denn ohmächtig geworden? Was für ein Ohmacht? Zu Hause. Okay. Bei deinen Eltern dann oder was? Ja, saß halt meistens so dicht vorm Kamin. So ein Laptop, so einen alten Laptop, so einen Stuhl und dann halt vorm Kamin. Und dann ist mein Dad reingekommen, hat mich irgendwas gefragt. Ich bin aufgestanden und bin vor ihm umgefallen. Krass. Und er meinte auch irgendwie so knapp mit dem Kopf von der Heizung irgendwie weg. Das hat mir so leid für ihn getan, weil meine Eltern eh schon so besorgt waren. Und man ist ja auch als Elternteil so hilflos einfach, dass ich gesagt habe, das kann ich ihnen einfach nicht antun. Und das war halt eben vor dieser ganzen Influencer-Zeit noch, also während der Schulzeit, auch mit dem Erbrechen und so. Das war für mich einfach... Weil ich dachte, so kann das Leben nicht aussehen für mich in Zukunft. Das ist einfach zu anstrengend, zu schmerzhaft. Und dann bin ich zum Bodybuilding gekommen, das mich wiederum so gerettet hat. Weil auf einmal war ich nur noch auf Muskeln, Proteine. Ich muss alle drei Stunden essen, so. Und dann ging es das nächste extrem, weil ich dachte, ich habe mir schon immer gewünscht, so, Sport hatte davor mir nie wirklich... Ich habe zwar lange Tennis gespielt, aber ich wollte einen Sport haben, der mir wirklich mit Leidenschaft irgendwo mich packt. Und dann kam ich aber in diese extreme Kontrolle rein. Weil schon, du kannst deinen Körper so formeln, wie du es haben willst. Du musst nur stumpf den Plan befolgen. Und ich wollte einfach nur funktionieren. Und einfach nur die Pläne befolgen. Und dann kam eins zum nächsten. Und dann auf einmal war nur noch Kraftsport angesagt und halt diese Mahlzeiten. Aber da kam es ja auch den Bogen. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang wettkampfiert machen. Nee, nee, genau. Genau. Und so kam es dann, dass es halt dann wieder losging mit dem Kontrollverlust ausbessern. Und dann halt, da haben wir beim letzten Mal auch drüber... Und dann bist du wieder in den alten Rhythmus verfallen, sozusagen. Ja, aber natürlich dann nicht mehr auch mit... Aber in einer anderen Art. Andere Art. Also nicht mit Erbrechen und so weiter. Aber du denkst halt, okay, du musst halt in Shape bleiben. Du hast dich nicht an den Dial-Plan gehalten. Jetzt musst du dann quasi das Eis, was du gegessen hast, halt abarbeiten. Das fängt ja erst im kleinen Rahmen an, dass du halt ein bisschen was aus dem Plan isst. Aber der Kopf spielt halt verrückt, so Panikmodus. Du machst Fehler hier und dann wurde es halt über die Zeit halt immer extremer, über die Jahre. Bei mir war das halt alles andersrum. Ich war früher immer der dünnste in meinem Freundeskreis. War wirklich richtig dünn. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir so Schwimmhalle, so typisch halt. Meine Freunde waren früher auch immer alle ein bisschen älter, so zwei Jahre, drei Jahre immer älter so. Und ein Kollege hat mal früher zu ihm gesagt, man kann dein Sixpack sehr doll sehen, deine Bauchmuskel. Ich habe meine Mama mal gefragt, das ist schon sehr ungesund. Also ich war immer so der dünnste. Oder im Sommer, alle voll oberkörperfrei, so bei mir in Wildernsburg so. Und ich dann so, und alle dann so, ja, Uwe, willst du den nicht auch rausziehen? Ist so voll warm und so, ja, ja, gleich. Aber auch irgendwann so T-Shirt ausgezogen und dann wurde ich immer so Hungerhaken genannt, weißt du? Und das war bei mir so früher so der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, irgendwann, wenn ich älter bin, so. Weil damals war auch so, Fitness war ein bisschen ein Begriff. Das war noch so dieses Jahr, wenn man 18 ist, darf man ins Studio. Oder wenn du 16, 18 bist, wegen, sonst wächst man nicht weiter. Da waren ja noch so Mythen, weißt du, wie ich meine? Als kleiner Junge hatte man damit nichts zu tun. Aber ich hatte in meinem Kopf so, irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich so Gewicht bewegen. Dann will ich muskulöser sein, weißt du, wie Sylvester Stallone, Bruce Lee, diese ganzen Actionfiguren halt, weißt du? Und das war bei mir früher so der Punkt, dass ich gesagt habe, so, ey, ich will nicht mehr dieser dünnste Typ sein, weißt du? Und beim Kampfsport legst du ja auch nicht an Muskeln zu. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, okay, Kampfsport war alles top. Dann kam auch so ein bisschen Muskulatur so. Aber irgendwann, als ich ja 19 war, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir noch Kraftsport dazu. So fing das halt so bei mir an. Also so vom dünnen Typen, weil ich nicht der dünnste sein kann. Ja, das ist häufig der Fall. Genau, weil jeder hat ja so irgendwie seinen Ursprung, warum er was macht. Ja, also viele, die mit Bodybuilding auch anfangen, kommen aus, das sind Komplexhaufen. Also das ist eine inneren Unzufriedenheit. Du willst halt irgendwas an dir ändern. Du willst irgendwie stärker, du hast irgendwie irgendwas auch Traumatisches erlebt, was du damit kompensierst. Also für mich ist es heute eigentlich so die größte mentale Stütze. Ich brauche das eigentlich nicht, damit mein Kopf halt irgendwie aufgeräumt bleibt. Weil ich merke halt, wenn ich es nicht habe, dann bin ich halt unglaublich unausgeglichen. Und damals habe ich gedacht, ich muss es halt machen, um halt abzunehmen. Also um halt ein optisches Ideal zu entsprechen. Und heute ist es halt für mich nicht mehr so, weil es einfach für mich ist der schönste Teil des ganzen Tages. Und weil ich einfach nur mit einem guten Gefühl einfach durch den Tag laufe. Wann hast du aufgehört, so shredded zu sein, auch für die Öffentlichkeit? Wann war das so der Punkt, wo du gesagt hast? Es war nie ein bewusster Punkt, weil letzte extrem shredded Form war ja 2018. Danach aber, weil ich eben das so extrem gemacht habe, so extrem wie noch nie zuvor, also wirklich so Training und Diät auf die Spitze getrieben, hatte ich dann nachher den größten Rückfall meines Lebens und bin dann die Auszeit abgehauen wegen Burnout. Hallo, du guckst dann so auf dem Handy. Was hast du noch für eine Frage? Willst du irgendwas fragen? Dann wäre das Thema mit dem ganzen zugelegt und sowas. Dann auch hier mal ganz lustig, einfach mal nur Hamster, also nicht viel Worte, also kann das verletzend sein. Ja, oder Mond-Emoji ist auch ganz oft bei mir, also wegen Mondgesicht oder Pfannkuchen. Es ist nur ein Emoji, aber hat viel Bedeutung. Pfannkuchen-Gesicht haben früher in der Schule immer viele gesagt. Krass. Aber kommen wir mal, es gibt noch dann zwei andere Seiten. Der Kommentar einmal dieses negative Dick. Ja, ja. Dann kommen wir mal zu einer anderen Seite. Nach ihrem Ex ist er ja ihr Typ, rein äußerlich. Ach, du meinst mich jetzt, ne? Wegen Glatzkopf. Wegen Glatzkopf und Bart oder was? Aber ich glaube, dein... Ist aber auch, ich weiß nicht, aber es ist schon ein komischer Kommentar. Ich weiß nicht, es ist... Ist ein Kommentar, also was sagt er dazu? Ich bin doch, was soll ich da sagen? Wir haben doch auch im letzten Video darüber gesprochen, ich habe da gar keinen Typ. Bei ihr ist so... Ja, ich habe doch einen Kommentar. Ja, 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 ja. Worauf wolltest du hinaus, Carlos? Ich sage nur, was sagt er dazu? Interessant? Ja, was sagst du dazu? Wäre ich jetzt interessant? Wie? Nicht wichtig, wenn ich jetzt was sage in die Kommentare, also, oh, das ist ganz gefährlich mit dem Video. Meine Frau mag dich auch, meine Frau sagt auch beim Video so, oh, das ist eine coole Socke. Ja, ich sage auch immer, wer sowas schreibt, hat im Leben noch nie was geschissen bekommen. Und geschissen bekommen heißt ja aber auch, Sachen versucht zu erreichen, aber auch mal auf die F*** zu fallen, wieder aufzustehen, also die Höhen und Tiefen, die man mal im Leben mal so hat. Ja. Und wer sowas schreibt, der hat wirklich noch nicht irgendwie mal einmal was im Leben angepackt, meiner Meinung nach. Eine Frage habe ich noch. Ja. Die wollte ich schon vorher stellen. Ich glaube, ich habe sie mal gefragt, ich weiß aber nicht mehr. Willst du irgendwann mal Kinder haben? Ja, also, ich glaube, das habe ich in einer Instagram-Story beantwortet in der Frage, weil du meintest, das sind meine Pläne für die Zukunft. Und ich habe jetzt aufgehört tatsächlich, aufgrund jüngster Ereignisse, seit der Trennung, auch für mich endgültig aufgehört zu planen. Okay, ja. Weil ich weiß, immer alles anders kommt. Also, bisher hat kein einziger Plan, den ich mir beruflich oder privat gemacht habe, ist aufgegangen. Sei es irgendwie damals so, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Und dann malst du dir irgendwas aus, wo es Richtung Fitness gehen soll oder karriere-technisch, ist alles ganz anders gekommen. Dann privat zum Beispiel, Beziehungen wieder zu Ende. Ich hätte mir vor eineinhalb Jahren niemals vorstellen können, dass ich nach Berlin ziehe. Und jetzt bin ich alleine in Berlin. Und dann denke ich mir so, jetzt hängst du schon wieder gedanklich bei Null an. Was dann auch nicht mal schlecht ist, das fühlt sich ja nicht scheiße an. Nee, nee, aber trotzdem habe ich ja gemerkt, du hast halt so eine hohe Erwartungshaltung, wenn du dir irgendwas ausmalst und schon so planst und dann zerbricht alles so in tausend Teile und du darfst irgendwie da schauen und dich zurechtfinden, dass ich jetzt in so einem Lebensabschnitt angekommen bin, dass ich sage so, ich habe zwar ein paar natürlich Termine, klar, auch für nächstes Jahr schon, so Meilensteine, aber ich habe noch keinen Plan, was genau jetzt Ende des Jahres passiert oder Anfang nächsten Jahres und dann ist mir auch völlig egal. Jetzt lest mal drei Kommentare vor, einmal auf dem Schneiderlauf. Finde, die paar Kilos mehr stehen dir mega, nicht dieses Abgemagerte und das Video war mega gut. Ganz ehrlich, ich finde Sophia, so wie sie jetzt ist, wesentlich attraktiver, 100%. Sie ist ja ganz schön stabil dabei. Respekt. Stabil dabei. Sophia, danke für deine Offenheit. Gerne. Möchtest du noch irgendwie vielleicht auch diesbezüglich so als Fazit sagen für diese Vollidioten da draußen, die immer so was schreiben? Nee, das sind Vollidioten, die so was schreiben, sind Vollidioten. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ich habe es ja schon oft auch immer gesagt, dass man einfach mehrere Schritte weiterdenkt, was in den Menschen wirklich vorgehen kann. Zum Beispiel ein Mensch, der jetzt irgendwie stark abnimmt, das heißt nicht automatisch, dass was Positives ist und dem gut geht. Der kann zum Beispiel schwerst depressiv sein, kann deswegen nichts mehr essen und dem geht es eigentlich richtig schlecht. Also auch im Umfeld, wenn man das irgendwie merkt, sagt so, boah, du hast den toll abgenommen, richtig gut. Also man muss immer manchmal ein bisschen weiterdenken, wie geht es den Menschen eigentlich wirklich? Und dass man halt einfach ein bisschen empathischer ist und toleranter. Ich glaube, mit Empathie und mehr Toleranz ist das alles einfach ein friedlicher, also ist die Welt oder Social Media Welt auch einfach ein friedlicherer Ort. Aber ich habe da auch hier mittlerweile, es gehört zu Social Media mit dazu. Aber wäre natürlich schön, wenn man da einfach ein bisschen hinter die Kulissen auch mal mit, also denkt, sag ich mal. Genau, da gibt es so ein Zitat damals von meinem Kung-Fu-Leveler. Such die Wahrheit, bevor du urteilst oder entscheidest. Den finde ich immer, der passt fast überall. Ja, mein Fazit ist auch so, weil ich mache ja dieses Video aus einem bestimmten Grund, damit die Leute, die sowas schreiben oder auch so denken, so, boah, ein bisschen, die ist ja jetzt viel dicker als früher. So, erstmal, bitte, es ist nicht dick, es ist einfach ein normaler Lebens-, gesunder Lebensstandard eigentlich, solch einen Körper zu haben. Und alles andere, dieses Shredded und hier, das ist einfach nur ein Zeitfenster und das ist einfach nicht langfristig. Und die Leute, die oftmals auch so aussehen, denen geht es auch nicht gut. Das solltet ihr immer vor Augen haben. Also habt nicht immer irgendwelche extremen Kopf- oder extremen Vorbilder, wo euch dran haftet, ach, so muss man aussehen. Ja, warum siehst du denn aber nicht aus? Weil der sieht so und so aus. Das ist alles Bullshit da draus. Ja, ich habe sonst dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben. Und euer Feedback sehr gerne in den Kommentaren. Tschüss. Tschüss.